Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Film stelle ich euch den 5 Sterne Campingplatz Holmernhof in Bad Füssing vor. Der Platz ist ganzjährig geöffnet und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum und zu allen touristischen Sehenswürdigkeiten von Bad Füssing. Durch die perfekte Lage ist alles fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Wer möchte, kann aber trotzdem den kostenlosen Bäderbus nutzen. Die Haltestelle befindet sich direkt am Eingang vor dem Campingplatz. Im Hauptgebäude ist neben der Rezeption noch ein gut sortierter Minimarkt, in welchem man nach Vorbestellung morgens auch frische Brötchen bekommt. Vor der Schranke zum eigentlichen Platz befinden sich auch sieben sogenannte Kurzzeitstellplätze. Der Platz selbst verfügt laut Prospekt über 160 Stellplätze. Dabei gibt es Parzellen mit einer Stellfläche von 85 bis 95 Quadratmeter und etwas größere mit 95 bis 115 Quadratmeter. Zentral gelegen seht ihr hier schon das Sanitärgebäude Landleben. Ich muss sagen, ich war in puncto Sauberkeit und vom ganzen Ambiente sehr beeindruckt. Begleitet mich jetzt bei einem kleinen Rundgang und seht und staunt selbst. Aha! 건 Untertitelung des ZDF, 2020 Direkt am Hauptgebäude angrenzend ist noch ein weiteres, kleineres Sanitärgebäude mit dem Namen Innauen. Hier sind unter anderem vier Familienbäder, Toiletten und ein weiterer Geschirrspülraum. Untertitelung des ZDF, 2020 Für mich ein absolutes Highlight, das nur wenige Minuten entfernte Sportfreibad. Die Benutzung ist für Gäste des Campingplatzes kostenlos und kann somit ganz nach Belieben auch für eine kurze Abkühlung aufgesucht werden. Zum Abschluss hier nochmal ein Stellplatz vom Typ A, also mit einer Stellfläche von 85 bis 95 Quadratmeter. Für mich und wahrscheinlich die Mehrzahl der Camper absolut ausreichend. Die Fläche für Caravan bzw. das Reisemobil sowie der Platz davor sind mit Kies versehen. An allen Plätzen sind sogenannte Komfortsäulen. Diese bieten Stromanschluss, Fernsehanschluss, Trinkwasser und Abwasser und die Möglichkeit der Toilettenentsorgung. Ach ja, erwähnen sollte ich noch, dass auf dem ganzen Platz eine kostenlose WLAN-Verbindung vorhanden ist. Und der Hinweis an alle Hundebesitzer? Fellnasen sind auf dem Hollmannhof leider nicht erlaubt. Mit diesen Bildern aus Bad Füssing verabschiede ich mich, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. In der Beschreibung findet ihr natürlich wie immer einen Link zur Homepage des Campingplatzes. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Macht's gut, habe die Ehre, ciao! Bis zum nächsten Mal.